Er wurde zum Mythos in der muslimischen Welt. Durch seine Eroberung von Jerusalem und seinen Kampf gegen die Kreuzfahrer wurde er oft romantisiert und erlangt der Ruhm, der bis heute wehrt. Sultan Salahadin. Bekannt ist er auch als Anführer in zahlreichen Teilen der Civilization-Reihe. Mit dem neuen Startdatum ist er nun auch in Crusader Kings 3 spielbar. Doch wie wurde der kurdische Offizier zum Herrscher über ein Großreich und zu einer der bekanntesten Figuren der arabischen Welt? Salahadins Vater Ayub und sein Bruder Shirku stellten sich in den Dienst der Seltschuken und später von Nur-Ad-Din in Syrien. Bald nach der Thronbesteigung des letzten fatimidischen Kalifen in Ägypten kam es zu Machtkämpfen im Land. Shirku und Salahadin sollten einen Mann namens Shavar in Ägypten als Vizier einsetzen. Nachdem das gelang, verbündete sich Shavar allerdings mit König Amarich I. von Jerusalem gegen Shirku und Salahadin und die beiden mussten Ägypten wieder verlassen. Es folgten weitere Kriegszüge von Shirku und Salahadin gegen Ägypten. 1169 gelang es Salahadin dann Shavar festzunehmen. Der Kalif der Fatimiden ernannte dann Shirku zum Vizier. Als dieser zwei Monate später starb, begann Salahadins rasanter Aufstieg. Er folgte auf den Posten seines Onkels und stärkte seine Macht in Ägypten. Als der letzte Kalif im Jahr 1171 starb, herrschte Salahadin bald als Sultan alleine über das Reich. Nach dem Ende des Kalifats in Ägypten beseitigte er die verbliebenen schiitischen Fatimiden und so fassten unter Salahadin die Sunniten wieder Fuß in Ägypten. Kurz nach seinem Amtsantritt schlug er eine geplante Invasion der sizilianischen Normanen in Alexandria nieder. Ihm war klar, dass er sein Reich mit Syrien vereinen müsse, um sich langfristig gegen die Kreuzfahrer in Jerusalem zu behaupten. Denn sein Reich hatte innenpolitische Risse und er war auf Expansion angewiesen, um sein Heer finanzieren zu können. Und so stellte er sich nun gegen seinen ehemaligen Herrn Nur-Adin und eroberte zahlreiche Gebiete in Syrien. Während seiner Eroberungen in Syrien belagerte er 1176 auch die assassinische Festung Masjaf, die er vielleicht aus dem ersten Assassin's Creed Teil kennt. Diese konnte er allerdings nicht einnehmen und so schloss er einen Frieden mit den Assassinen. Seinen bis heute währenden Ruhm erlangte Salahadin dann aber im Kampf gegen die Kreuzfahrer und als Gegenspieler von Balduin IV. Auch über ihn habe ich übrigens ein Video gemacht. Gegen Balduin erlitt er 1177 in der Schlacht bei Morkisar eine empfindliche Niederlage. Sein überlegenes Heer wurde von dem jungen Kreuzfahrerkönig überrascht und besiegt. Erst knapp zwei Jahre später gelang ihm ein Erfolg gegen die Kreuzfahrer, als er ihre Festung an der Jakobsfurt eroberte und zerstörte. Nachdem Balduin IV. gestorben war, unternahm Salahadin dann 1187 einen seiner größten Schläge gegen die Kreuzfahrer. In der Schlacht bei Hattin fügte er den Kreuzfahrern eine vernichtende Niederlage zu und eroberte wenig später die heilige Stadt Jerusalem. In der Reaktion kam es dann zum dritten Kreuzzug unter König Richard Löwenherz von England und dem deutschen Kaiser Friedrich Barbarossa, der allerdings bereits auf dem Weg nach Jerusalem fiel. Zahlenmäßig überlegen eroberten die Kreuzfahrer im Juli 1191 die Hafenstadt Arkon zurück. Salahadin erwartete das von Richard Löwenherz geführte Heer dann auf der Ebene von Asuf. Am 7. September 1191 kam es zum Aufeinandertreffen. Richard hatte seine Truppen auf dem Weg bereits in Schlachtformation gebracht. Salahadin ließ Pfeile auf die ankommenden Truppen regnen und tötete so viele Männer und Pferde. So versuchte er die Kreuzfahrer zum Angriff zu provozieren. Richard untersagte trotz der Verluste aber einen verfrühten Vorstoß seiner Truppen zunächst. Als einige seiner Männer dennoch losstürmten, verwarf Richard seinen eigentlichen Plan und befahl den Angriff. Salahadin verlor die Oberhand und befahl den Rückzug. Richard ließ sich aber nicht dazu verleiten, die fliehenden Araber zu verfolgen und so in einen Hinterhalt zu geraten. Durch die Niederlage bei Asuf verlor Salahadin auch die Hafenstadt Jaffa. Auch sein Ansehen bekam dadurch einen großen Knick. Richard zog sich später wieder nach Akon zurück. So versuchte Salahadin, Jaffa wieder zurückzuerobern, aber es gelang ihm nicht, die belagerte Stadt einzunehmen. Richard machte sich derweil per Schiff auf den Weg in die Stadt. Davon erfuhr auch Salahadin und plante einen Überraschungsangriff, indem er Richard gefangen nehmen wollte. Bei Einbruch der Dunkelheit stürmten sie die Stadt, doch Richard hatte den Angriff rechtzeitig bemerkt und seine Truppen formiert. Daraufhin stoppte Salahadin seinen Angriffsversuch. Es war eine Patz-Situation entstanden. Salahadin konnte die Kreuzfahrer nicht verdrängen, gleichzeitig wusste Richard, dass er Jerusalem im Falle einer Eroberung nicht verteidigen könne. So einigten sich die beiden auf einen Waffenstillstand. Die Christen behielten ihre Küstengebiete, während Salahadin die Kontrolle über Jerusalem behielt. Allerdings wurde den Christen als unbewaffnete Pilger der Zugang zu den heiligen Städten gewährt. Nach den Friedensverhandlungen machte sich Salahadin auf den Rückweg nach Damaskus. Dort angekommen, erkrankte er schwer und starb im Jahre 1193. Trotz einiger Niederlagen wie bei Asuf oder Mokisar stellte Salahadin immer wieder seine strategischen Fähigkeiten unter Beweis und erlangte so großes Ansehen. Ebenso eroberte er Jerusalem für die Muslime zurück und verteidigte es bis zu seinem Tod. Seine Entschlossenheit, diese bedeutende Stadt für den Islam nicht aufzugeben, brachten ihm den Ruf als Verteidiger des Islam ein. In Crusader Kings 3 könnt ihr Salahadins Kampf gegen die Kreuzfahrer nacherleben. Ihr könnt die Christen von der Levante vertreiben, die Kreuzzüge gegen euch abwehren und vielleicht sogar die Grenzen des Abbasinen oder sogar des Umayyaden-Kalifats wiederherstellen. Vielleicht ist Salahadins Aufstieg zur Macht für euch auch eine Blaupause der neuen Möglichkeiten in Roads to Power. Tretet in den Dienst eines Herrschers, erringt seine Gunst und steigt selbst zur Macht über ein Großreich auf. Wie plant ihr Salahadin zu spielen? Und auf welche Personen freut ihr euch in Roads to Power am meisten? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht freut ihr euch auch auf Baldwin IV. Wenn ihr mögt, schaut euch gerne auch mein Video zu ihm an. Ciao.